Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Bereit! Auf geht's! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Wir gehen mit Angriff auf Alpha 1. Sektor Alpha jetzt sicher. Neues Ziel unter Kontrolle. Wenn wir Sie nicht aufhalten, nehmen Sie jeden Sektor ein. Wir haben Kontakt mit feindlichen Streitkräften. Wir zählen auf euch, no fans. Flittert alle, also für Sie! Flittert alle, also für Sie! Versorgungsabwurf ist jetzt abrufbar! Feindliche Kampfverbände attackieren eines unserer Ziele. Wir brauchen mit psychische Hilfe! Wir sind nicht getroffen! Wir brauchen Hilfe! Wir brauchen hier! Wir brauchen hier! Wir brauchen die Fragpläne! Wir brauchen zu programmes. Wir brauchen die Fragpläne. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Setzt ihnen weiter zu! Wir haben Rektor Charlie! Wir verdorren! Wir müssen es uns zurückholen! Feindliche Truppen kontrollieren den Großteil der Sektoren! Sie setzen unseren Truppen ziemlich zu! Feindliche Truppen! Sie setzen unseren Truppen ziemlich zu! Sie setzen unseren Truppen! 60 Meter von meiner Position entfernt! Sie kontrollieren den Sektor Charlie! Entfände medizinische Hilfe! Ich brauche medizinische Hilfe! Verkehre wir drauf! Nicht weit von mir! Stopp me! Beginne mit ... 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 Was ist das für Scheiße? Schlechtwetterfront am Horizont, Leute. Schützt euch so gut es geht. Uns liegen Berichte über einen Tornado vor, der aufs Land getroffen ist. Haltet euch von seinen Trichter fern, sonst reißt er euch in Stücke. Verbündete Truppen, sichern Delta 1. Gar nicht schwank. Markiere feindlichen Panzer. 280 Grad. Etwa 70 Meter von meiner Position. Unsere Truppen haben Sektor Charlie, Herr Oran. Der Sturm dort kommt näher. Wir kontrollieren den Großteil des Sektors. Feind identifizieren. Ganz in meiner Nähe. Das schießt doch nicht! SchussPåreft Sturm! Sein Fonderticht! Oh Gott, brecht los! Sturm Sein Fonderticht! Sind Fondertichtsklausрыx Was ist das? Ich brauche Hilfe! Vielen Dank! Großteil der Sektoren unter unserer Kontrolle. Sektor Echo vollständig gesichert. Ein Ziel wird angegriffen. Sieh zurück! Na! Wir haben Sektor Charlie, Herr Obert. Wir haben fast alle Sektoren gesichert. Es gibt den Russen keine Chance, sie zurückzuerobern. Sie haben etwa 50% ihrer Ressourcen verbraucht. Versorgungsabbruch bereit. Feinde kontrollieren jetzt Sektor Echo. Feindliche Streitkräfte bei Charlie 1. Feindliche Infanterie. Zehn Grad. Hundert und zehn Meter. Ja! Auf ihre Feind! 015 Strasse! Mike enthamped! Ich bin der Medizinische Hilfe! Geht weg, doch komm! Raus aus dem Fahrzeug! Kommando, zurück! Rück zu meiner hinteren Markierung vor! Raus aus dem Fahrzeug! So weit aufsteigen! Gehen wir lieber zu Kuster! Raus! Raus hier! Reisen identifizieren! 130 Grad! Nicht nah! Hier verteidigen! Viel Glück, Truppführer! Raus aus dem Fahrzeug! Sofort aussteigen! Wir müssen hier raus! Raus aus dem Fahrzeug! Macht schon! Vergesst das! Hier verteidigen! Haltet uns auf dem Laufenden! Sofort aussteigen! Raus hier! Ziel markiert! Feindlicher Helikopter an meiner Markierung! 50 Grad! Verachtliche Entfernung! Raus aus dem Fahrzeug! Unsere Stärke hat sich halbiert, aber noch halten wir durch! Wenn wir sie nicht aufhalten, nehmen Sie jeden Sektor ein! Raus aus dem Fahrzeug! Macht schon! Steigt aus! Raus aus dem Fahrzeug! Sofort aussteigen! Hey, bitte Fahrzeug! Alpha-Tilo unter Kontrolle! Sektor sicher! Wir kontrollieren Bravo 1 nicht mehr! Gegner haben Sektor-Delta besetzt! Alliierte Trucke nehmen sich Bravo 1 zu! An meiner Markierung sammeln! Wir kontrollieren den Großteil der Sektoren! Wir kontrollieren den Großteil der Sektoren! Sie greifen eines unserer Ziele an! Sie greifen eines unserer Ziele an! Das ist neutralisiert! Versorgungsmachik bereit. Seid Bescheid, wenn ihr soweit seid. Auch eine medizinische Hilfe! Folgt, er bringt euch nicht zu! Eines unserer Ziele wurde angegriffen. Ich bin getroffen. Ich brauche Hilfe! Ich brauche Hilfe! Ich brauche medizinische Hilfe! Ich brauche medizinische Hilfe! Danke! Ich brauche dich! Er ist da! Aus hier, Soldaten! Medikamente, hier! Jetzt kannst du weiter machen! Wir haben so eh den Sektor Delta eingenommen! Gute Arbeit! Der Großteil der Sektoren ist in unserer Hand! Kein frisches Einsatzteam! Zieh feste! Wenn Sie noch mehr Verluste erleiden, sind Sie erledigt! Die Hafensektor Charlie besetzt! Die Hafensektor Charlie besetzt! Verstanden! Berufsteil der Sektoren unter unserer Kontrolle! Das ist eine Gänkorete! Unschweiß! Und ihre Truppen haben! Es ist vorbei! Diese Schlacht ist gewonnen! Wie sagt er? Du hast sie? Hiness sie? Wie solltest du dir das tun? In der Duarte? Du hast sie? Ja, wie solltest du dich? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Gehen wir an die Arbeit! Gehen wir an die Arbeit! Gehen wir an die Arbeit! Die Amerikaner wollen unsere Ölproduktionsanlage in der Arktis angreifen. Angeblich verletzt sie internationales Recht. Dabei wollen sie das Öl nur für sich selbst. Ihr müsst die Amerikaner davon abhalten, Fuß zu fassen. Diese Operation ist wichtig für das Wohlergehen des russischen Volkes. Euer Dienst wird gewürdigt und entlobt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir greifen Alpha-2 an. Wir haben die Kontrolle über ein Ziel übernommen. US-Truppen haben Sektor Fuchs von der U-Bahn. Wenn wir sie nichts stoppen, übernehmen die amerikanischen Truppen alle Sektor. Amerikanische Truppen greifen an. Haltet jederzeit die Augen offen. Wir beobachten euch. Musik Unsere Truppen haben Sektor Charlie erhovert. Initiativieren Angriff auf Delta 1. Paket bereit. Zähne dort verheiratet aus. Weit entfernt! Ach verdammte Scheiße! Wir kontrollieren die Richtung. Wir kontrollieren die Richtung. Falk erwartet für Pläne! Wir haben ein Fehlbesack. Gesund bleiben! Wir haben ein Fehlbesack. Setzt den Ranger an meiner Markierung ab. Verstanden. Sektor Charlie vollständig in Feindeshand. Guck zu meiner hinteren Markierung vor! Sektor Charlie vollständig in Feindeshand. Nächstes Ziel ist Foxtrot 2. Ich wiederhole Foxtrot 2! Ich sehe einen Ihrer Leute! 170 Grad! Verachtliche Entfernung! Weitliche Verbände kontrollieren den gesamten Sektor Echo! Noch eine Handvoll Sektorenbrüche! Wir kontrollieren den Urteil des Beliebens! Wir kontrollieren den Urteil des Beliebens! Beide können nicht Fuß fassen! Wir sichern Ziele! Wir haben ein Fehl verloren! Beide können nicht mehr. Beweck zu Foxtrot! Wurde von feindlichen Kampfverbänden erobert! Beginn mit Erstürmung von Foxtrot 2! Verhindert, dass die US-Truppen alle Sektoren erobern! Verwärtsungspaket verhörbar. 50 Meter von meiner Position entfernt! Vergess das! Sie ziehen Verstärkungen heran. Das ist ein Fortschritt. Wir haben sich für Charlie komplett eingenommen. Wenn wir sie nicht stoppen, übernehmen die amerikanischen Truppen alle Sektoren. Ein Ziel wird belagert. Wir halten den gesamten Sektor selber. Eines unserer Ziele ist verloren. Einfach zwei unserer amerikanischer Kontrolle. Fahrten auf der linken Seite! Feind an meiner Markierung! 180 Grad! Etwa 70 Meter von eurer Position! Eins unserer Ziele steht unter Beschuss. Sektor Engel ist jetzt gesichert. Versorgungsabwurf ist bereit. Wir kontrollieren die meisten Sektoren des Schlachtfeldes. Eines unserer Ziele steht unter Beschuss. Eines unserer Ziele steht unter Beschuss. Happy Duranger Drohne an meiner Position! Verstanden! Helikopter auf einer Markierung! 120 Grad! Weit entfernt! 2 von US-Truck herüber! Mehr, 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 mehr! Mehr, 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 mehr! Erklär! Zieme Giserne an der Markierung! Anfrage erhalten Sie! Wir schicken das Faser jetzt zurück. Jetzt kannst du weiter rum! Die Gruppenstärke vermindert. Wir ziehen Verstärkung heran. Wir versuchen, Alpha 3 einzunehmen. Ich muss gerade nachladen. Gegner neutralisiert! Die Gruppenstärke verhindert. Werft und Grenate! Vektor Foxport ist an der Feind gefallen. Ach, Hilfe! Stab, Gap! Bereiche Lieferung eines Versorgungspakets. Verbündete Kräfte nähern sich Alpha 3. Jusiere! Herr, bitte Fahrzeug, an meiner Markierung! Alles klar, Fahrzeug ist auf dem Weg. Entschuldigung! Wir sind da! Camp Reiner! Wunderschönen! Neuen Spiel! Alpha 3! Kangeweinleitung! Wunderschönen! 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 Ziel Alpha-2 unter alliierter Kontrolle. Erste Hilfe! Einfluss! Verhindert, dass die US-Truppen alle Sektoren erobern. Wir haben Sektor Delta komplett eingelogt. Leider neutralisiert! Augenblick! Lade nach! Werte stabilisiert! Ein Versorgungspaket steht bereit. Meldet euch, falls ihr es braucht. Wir greifen Alpha-3 an. Sektor Alpha gesichert. Fili-Komm da aktiv! Fili-Komm da aktiv! Fili-Komm da aktiv! 150 Grad! Sicht nah! Wir haben ein Ziel gefächert. Wir haben ein Ziel gesichert. Wir haben die Kontrolle über Sektor Bravo. Haltet Kontakt. Nur noch eine Handvoll Sektoren übrig. Wir kontrollieren den Großteil des Gebiets. Eines unserer Tiere wird angegriffen. Da ist ein feindliches Einsatzteam in meiner Nähe. US-Truppen greifen eines unserer Ziele an. Der Feind hat die Hälfte unserer Ressourcen aufgerieben. Unsere Truppen haben Sektor Charlie erhobert. Wir haben die Kontrolle über Alpha 2 verloren. Der Feind hat ein Ziel gesichert. Wir haben die Kontrolle. Wir werden die Luft abholen. Wir werden die Luft abholen. Wir greifen Alpha 2 an. Falls ihr das impitiert, 130 Grad, 60 Meter von eurer Position entfernt! Rechte Seite! Die sind in der Mitte. Ich bin der Grund, die sind in der Mitte. Geht die, die sind in der Mitte. Die sind in der Mitte. Wir haben Ziel Alpha-2 übernommen. Amerikanische Verbände haben Sektor Fachzoll übernommen. Kommt so schnell wie wirklich zur Martierung vor. Wenn wir sie nicht schlossen, überlegen die amerikanischen Truppen alle Sektoren. Wenn wir sie nicht schlossen, überlegen die amerikanischen Truppen alle Sektoren. Wir legen Schatten! Wir werden nicht schlossen! Wir werden nicht schlossen! Wir werden nicht schlossen! Werfen 300 Hilf! Werfen 300 Hilf! frau 300, bis ab und weg zu der Karte! Bei uns schlossen! Wir werden System und die Verbreitung rein. Ich werde nicht schlossen, aber wir werden nicht schlossen! Wir werden nicht schlossen! Wir werden schlägen! Machen wir sieg! Schöpfe oben! Hier! Milizinische Vorreiter! Sie haben gerade Sektor-Delta übernommen. Sie sind sogar in die Gestalt! Alles unserer Ziele steht unter Beschoß. Unsere Streitkräfte haben Alpha-2 verloren. Du musst kurz nachladen! Der Feind hat das Ziel gesichert. Fasselusierung an! Wo machst du rein? Lade gerade nach! Die amerikanischen Verbände sind so gut wie besiegt. Die Luft ist schmerzen. Drück zu meiner hinteren Markierung vor. Wir kontrollieren jetzt Sektor Charlie. Neues Ziel, Alpha Zwei. Andere Zwei gleich. Andere Zwei gleich. Andere Zwei gleich. Einer Zwei gleich. Andere Zwei gleich. Oh, he's laden ab! Laden ab, laden! Laden, meine Waffen ab! Laden, meine Waffen ab! Was sagst du? Klinik ist sicher! Vektor Sarri unter Kontrolle! Was sagst du denn? Join total planung! Unsere Kräfte attackieren Alpha 2! Die! Waffen ab, laden! Das war's! Sanitator Erfinde deinen Sanitator Wir sind zeitglar Beeilte die Kontrolle für die Ziele Ich bin der medizinische Hilfe Erhörst du einfach frei an Diese Schlacht ist gewonnen. No Pets. Wir schulden euch was. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir schulden euch. 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 Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Was ist das? Feindlicher Panzer! Sie zeigen erste Verschleißerscheinungen. Ich bin getroffen! Ich brauche Hilfe! Der Lok ist der Starke! Sanitäter! Puh! Hilf mir! Das ist eine solche. Sie sind hier. Mit der Anlage. Er hat sich einen Schiff. Sie sind in der Serie. Kommt den Schiff. Der Kino! 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 Sie schicken einen Spatzer! 250 Grad! Nicht nah! Komm! Feindliches Kampffahrzeug! Falt identifizieren! 280 Grad! Etwa 50 Meter von eurer Position! Positieren die weiten Sektoren der Schlachtfläche! Fasskundschutz! Rechte Fläche! Sektor Alpha gesichert! Feindkontakt bei Alpha 1 gemeldet! Ich brauche Vorreiter! Bitte medizinische Hilfe! Ich bin geklappt! Brauche medizinische Hilfe! Fasskundschutz! Fasskundschutz! Sanitäter! Fasskundschutz! 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 Das ist ein ziemlich weiter Weg! Ein Ziel wird belagert! Ziele gesichert! Sektor Alpha unter Kontrolle. Augeblick! Lade nach! Augeblick! Warum fließt ihr? Die Lage an dich! Zelt vom Lüse! Erfreut, dass die Hälfte seine Ressourcen verschliffen. Ich muss kurz nachladen! Ich brauche Vorräter! Ich brauche das! Ich brauche die Hälfte! Ich brauche Sie! Ich brauche dich! Ich brauche dich! Das ist der Abrikant-Orde über den Ziehheberdorf. Wir haben ihn jetzt knapp! Falk, erbetet einen Sanitäter! Ich bin getroffen! Wir brauchen Hilfe! Wir brauchen medizinische Hilfe! Verhindert, dass die US-Truppen alle Sektoren erobern! Sektor Alpha ist jetzt unter Feindkampagne! Verbündete Einheiten sichern jetzt Charlie-1! Werte, stabilisiert! Plus aufs Das nennt man! Anna, hör! Das könnte helfen! Wir greifen Charlie 1 ab. Wir greifen Charlie 1 ab. komm! Helft mir! Auch eine medizinische Hilfe! Vergebnis! Vindern! Geh! Wir haben den Kursarli komplett eingenommen. Es war noch eine Handvoll Sektoren übrig. Wir kontrollieren den Großteil des Gebiets. Wir haben schwere Verlufte. Rufenstärke halbiert. Das ist noch eine Aufmerksamkeit. Sommer, das sieht aus. Das ist der Fall. Wir sind wieder. Wir sind über Norden. Wir sind in Norden. Wir sind rechts! Wir haben ein Spiel verloren. Wir haben die Kontrolle über Sektor Echung. Fallen tatsächlich einen Schaden gesichert. Wenn wir sie nicht stoppen, übernehmen die amerikanischen Truppen alle Sektoren. Infanterie-Einheit, 280 Grad, 90 Meter von Europolition entfernt. Mehrere Gegner, 270 Grad, 170 Meter. Untertitelung des ZDF, 2020 320 Grad! 50 Meter von meiner Position entfernt! Angriff auf Echo 1 eingeleitet. Spektor Charlie vollständig in Feindeshand. Angriff in Feindeshand. Angriff für das Geheimdienst? Angriff für die Feuerwehrkrankheiten. Angriff für das Geheimdienst. Angriff für das Geheimdienst! Angriff für das Geheimdienst! Die amerikanischen Verbände sind so gut wie besiegt. Wir haben die Kontrolle über Sektor Bravo. 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 Wir haben die Kontrolle über Sektor Bravo.